hallo ich bin martin von d20 sounds und ich bin ein bisschen aufgeregt heute denn ich habe für euch ein paar neue informationen es haben sich ein paar wunderbare sachen ergeben und ja ich bin sehr froh euch die mitteilen zu können und zum schluss des videos gibt es noch eine kleine überraschung auf dich besonders stolz bin ja das erste was ich erzählen möchte ihr kennt mich von zwei sachen nämlich einerseits von der musik und auf der anderen seite von meinen spiel tipps oder spielleiter tipps und ich bin da sehr froh dass ich eine kooperation hinbekommen habe mit den tollen kanal hitdice und ja ich möchte euch sagen meine psychologischen unter kommunikations videos also alles was ich so mache mit spielleiter tipps kommt demnächst auf dem hitdice kanal den habe ich unten verlinkt und ja ich freue mich total dass sie das gemacht haben und so kann ich eine größere community erreichen ich kann auch mehr feedback bekommen und durch den discord der da es passieren einige interessante sachen ich bin sehr froh zumal es ein tolles team ist irgendwie das denn und seine seine kollegen haben da viele tolle sachen hinbekommen und ich glaube so dass das ihr auch auf die art und weise noch ein paar neue sachen bekommt also das sofort ein abo da ich glaube das ist eine gute sache und ich bin wirklich total froh das macht zu können auf der zweiten seite ist es so dass ich festgestellt hat dass youtube mich nicht so richtig einsortieren kann was macht denn der jetzt macht der spielleiter tipps oder macht der musik und deswegen war es für mich wichtig ich habe damit einigen leuten gesprochen die sich auskennen eine trennung hinzubekommen dass nicht mehr beides auf einem kanal ist das heißt dass ich über die musik auch besser gefunden werde und da soll jetzt auch in zukunft ein größerer stellenwert drauf liegen ich möchte mehr musik produzieren und ich möchte das in dem besseren auf dem besseren niveau machen deswegen war die logische konsequenz meine musik videos jetzt da zu lassen wo sie sind und meine spielleiter tipps auf die andere seite zu legen und ich kann euch schon sagen dass ich demnächst ein paar tolle kooperationen haben werde die ich noch ja super weiter auf diesem kanal nutzen können aber ich möchte gerne auf dem neuen kanal nutzen und ich hoffe ihr folgt wieder hin wie ich schon gesagt habe auf die ihr euch sehr freuen könnt ich habe vor kurzem kontakt mit zwei schauspielern und synchronsprechern bekommen und die werdet ihr demnächst auf meinem kanal zu sehen bekommen da ich jetzt gesagt habe meine musik so mehr stellenwert bekommen und ich auch anders als gesagt habe ich möchte bessere qualitäten meinen sachen machen die ich mache insgesamt ist es klar meine zeit ist begrenzt und ich habe deswegen beschlossen meine spielleiter tipps einmal im monat ganz grob zu machen wenn noch irgendwas wichtig ist wo ich denke das braucht aufmerksamkeit dann würde ich noch ein video dazwischen schieben aber ihr könnt jetzt einmal im monat auf dem hitleist kanal mit meinen neuesten videos zum thema spielleiter tipps und so weiter rechnen für mich war auch ein wichtiger punkt neben der community die da schon zur verfügung steht wo ich kontakt haben kann auch kontakt mit anderen kreativen zu haben mit anderen creatoren und ja ich freue mich besonders weil der kontakt mit das sind schon eine ganze weile besteht wir haben ja schon ein kommunikationsvideo gemacht zusammen mit dem spielpädagogen chris und ich finde es ist ein sehr angenehmer typ und wir arbeiten wirklich sehr gerne zusammen und ich glaube dass da wirklich auch ein paar tolle sachen rumkommen zumal wir auch schon das eine oder andere im hinterkopf haben was wir gerne machen möchten kommen wir zu meinem bonbon zu einer kleinen überraschung ich habe ein ganzes album aufgenommen meine patreons bekommen das umsonst sobald sie länger als drei monate dabei sind ich habe jetzt wirklich sehr sehr viel zeit investiert und sehr sehr viel mühe und arbeit und detailverliebtheit und ich kann sagen das ist schon in amerika gestreamt worden ich habe das live schon getestet ich habe die musik die ich euch jetzt auf eine albuntour live bei einer vorlesung bei zwei vorlesungen bei einer thriller lesung und bei einer halloween lesung getestet das ist unfassbar gut angekommen das publikum war begeistert ich hatte auch sehr viel spaß und das album wird dark gaming atmospheres heißen und ich habe schon ein kleines video gemacht einen kleinen trailer ich freue mich wenn ihr den anguckt und wie gesagt für alle meine patreons ab drei monaten ist es komplett umsonst das album vielleicht überlegt ihr euch auf meinen patron zu kommen oder ihr könnt es einfach kaufen bis zum 7 11 ist dieses album noch zum reduzierten preis von 9,99 euro erhältlich und ja es sind über 80 minuten musik zehn stücke ich bin sehr gespannt ob es euch gefällt und freue mich über feedback das war die überraschung zum schluss macht's gut bleibt gesund und munter bis bald euer martin tschüss